Norddeutscher Rundfunk 2021 Wie geht es Ihnen unterdessen? Ja, matt und traurig. Irgendwie leer. Jonas, du weisst schon, dass ich seit Jahren auf ein neues Manuskript von dir warte. Dass ich nicht mehr aushalten, dass ich die Böse bin, die die Familie kaputt gemacht hat. Gut, dann machen wir es wieder so aus für gut. Ich würde an diesem Moment gerne unterbrechen. Du bist sicher, dass du diese Geschichte nicht nur darum so gut findest, weil die Autorin jung und sexy war? Nein, nein, nein. Ich habe das Gefühl, ich kann nichts. Ich bin 28 und ich kann genau nichts. Er macht mich jetzt über berühmt und erfolgreich. Okay. Nein. Genau. Und mein Blick hier rein. Super okay. Du hast gesagt, es muss am Schluss mein Stil sein. Ja, es muss aber auch gut sein. Das war überspitzt von mir. Es tut mir leid. Sorry, sorry. Ah, scheiße. Ich glaube, ihr könnt ja nicht schlafen, oder? Erzähl doch mal alles Schlimme auf in deinem Leben. Ich sage dir, ob du leidest. Äh, ja, okay. Also, eblich. Ich frage halt eine klinische Demonstration. Sorry. Ich nehme alles zurück. Du bist alt und ein Mäbel. Du bist alt und 써?」 Es war doch egal. Du bist alt. Dann sind dich ihr mit 50 Finger direkt zu. Achhee. Du bist alt... Ich glaube. Wir sehen uns Alors. Wir sehen uns hier. Wir sehen uns sicher. Oh aber. Ich fahsi. Ich fühle sich den Mann der hadn.